Moin Leute, es ist soweit, es gibt wieder gratis Rust-Skins auf Twitch zu bekommen. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert, super easy und super schnell. Hier oben erscheint gleich ein Link, da klickt ihr drauf, nachdem ich euch erklärt habe, wie man diese Rust-Skins bekommt. Klickt ihr auf den Link, kommt ihr auf meinen Twitch-Kanal. Zu dem Zeitpunkt werde ich live sein und Rust-Stream, also könnt ihr euch da alle Skins abholen, die ihr wollt. Ihr macht dann folgendes, ihr geht hier auf meinen Chat, schreibt einfach hier Ausrufezeichen Drops rein, schickt das rein und dann kommt ihr automatisch eine Nachricht, ein Link. Da klickt ihr drauf und dann kommt ihr auf die Seite von Rust-Twitch, den Twitch-Drops. Das funktioniert dann so, hier steht Connect Accounts, hier müsst ihr euren Steam-Account mit eurem Twitch-Account verknüpfen. Ganz einfach, simpel, einfach machen. Für die Leute, die auf Konsole spielen, erstellt euch schnell einen Steam-Account, verbindet das und dann habt ihr wenigstens die Skins schon in eurem Steam-Inventar, solltet ihr irgendwann mal Rust auf dem PC spielen. Das hier sind die Drops, das sind die Streamer-Drops, diese Skins könnt ihr nur bei diesen Streamern bekommen, heißt bei Exklusiv bekommt ihr auch nur diese Tür. Das sind die, die ihr nur bei diesen spezifischen bekommt. Gehen wir mal weiter runter, hier sind die General-Drops. Diese Drops bekommt ihr bei jedem Streamer, der Rust streamt. Heißt, seid ihr bei mir im Stream, guckt ihr mir eine Stunde zu, wie ich Rust spiele, bekommt ihr diese Twitch-Trophäe, die könnt ihr dann in Gamecraften, die wird in euer Steam-Inventar geschickt. Habt ihr also jetzt eine Stunde zugeschaut, nachdem ihr euch angemeldet habt, bekommt ihr hier oben bei Benachrichtigungen auf Twitch eine Nachricht. Das sieht dann ungefähr hier so aus, wenn ihr da draufklickt, seht ihr hier euer Twitch-Inventar. Hier könnt ihr dann abholen klicken bei dem Skin, für den ihr zugeschaut habt. Habt ihr abholen geklickt, startet der nächste Skin, heißt diese Hose hier. Dafür misst ihr mir oder einen anderen Streamer in eurer Wahl drei Stunden zuschauen. Habt ihr das gemacht, geht ihr wieder zurück, kriegt ihr wieder eine Nachricht, drückt wieder abholen. Dann startet der nächste Skin und dafür müsst ihr fünf Stunden zuschauen. Ich glaube, mehr muss ich nicht erklären, so läuft das Ganze. Also wenn ihr Bock habt, die Ads einfach hier oben draufklicken und da geht's direkt los mit den Rust-Skins, die ihr euch gratis alle abholen könnt. Kuss geht raus. Kuss geht raus.